Hallo, ich bin der Daniel und hallo, ich bin der Moritz und mir erklären eigentlich das intelligente Ampelsystem. Bei einer Ampel fahren Autos drüber und wenn ein Fußgänger drüber gehen will, dann muss er nur den Knopf drücken und die Ampel blinkt und die schrott. Und jetzt kann der Fußgänger einfach ganz normal drüber gehen. Und dann, wenn wieder ein Auto ansteht, dann wird es grün und dann können die Autos wieder drüber fahren. Untertitelung aufgrund der Audioidbury Untertitelung des ZDF, 2020